Hey Leute, willkommen zurück zu Darkest Dungeon. Weiter geht's. Ich habe letztes Mal einen ziemlich guten Run gehabt. Keiner ist gestorben, allen ging's gut. Und das ist doch wunderbar, mehr wollen wir doch nicht. Unser Rooster ist voll, können wir nicht mal langsam wieder... Ähm, gut, reduce the cost of camping skill purchase. Na gut, das ist recht uninteressant. Ich wollte noch, ich wollte was machen. Ich wollte mir neue Helden holen, aber das... Oh, ich hab mal wieder so einen hier. Das ist die Frage. Machen wir erstmal das Rooster größer und holen uns hier... Ihn und ihn mal, Highwaymen. So, Cheney, den nennen wir um. Ich hab ja schon gesagt, ich hab wieder ein paar neue Namen. Sehr viele Namen. Ich muss die... Also, ich muss mal gucken, Leute, ob ich da euch alle reinkriege. So, das ist erstmal der Scholli. Moin, bin der Scholli. Ich wollte es nicht wegmachen, ich wollte Enter drücken. Und wir haben... Phantosme. Nein, das ist nicht Phantosme. Das ist jetzt, äh... Evolution... Nein. Nicht so. Nein, nicht so. Evol... Das geht so langsam irgendwie. Hallo? Evolutions... So, Evolutions. Die streiche ich mal kurz weg. Brauche ich meinen schlauen Stift. Warte. Ne, 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 ne. Scholli, Evolution. So, ich hab noch eine ganze Menge Namen, um genau zu sein, noch über 20. Deswegen hofft man, dass ich irgendwann wieder sterbe. Dann geht es auch ein bisschen schneller. So, wir machen mal wieder einen neuen Dungeon. Einen kleinen Dungeon, wenn es geht. Medium, nein. Nein. Medium ist alles Medium. Das ist Kegge, ne? Äh, was können wir denn machen? Was? Kill one Swine Prince. Ne, das ist... Das ist... Ne. Ne, ne, das... Das ist... Ne, das... Ne. Ne, ne, ne. Der... Ne, ne, ne. Ne, ne, ne. Ne. So, Evolutions. Was kannst du denn? Du kannst Pistol Shot, du kannst Grape Shot und Take Aim. So wie Duelists Advance. Ne, das ist nicht so... Scholli kann Point Blank Shot. Das geht nur als Erst... Das ist ja dumm. Das gibt ein Knockback. Das geht nur an erster Stelle und ich kann das nur auf den Ersten. Das ist ja bescheuert. Das ist ja bescheuert. Achso, guck mal, das Spiel geht immer von den Skills, die man hat, aus. Das ist ja nett. Hört das mal so. Auf den Ersten kommt... Ich würde halt... Ich würde halt gerne auf den dritten Platz, ne? Dann machen wir so. Dann mach ich da mal Trash. Oder Luna. Ich glaube, Luna braucht noch ein bisschen Training. Luna, du kommst mal mit. Machen wir auf den Ersten Bursi, auf den Zweiten noch Fritiri. Weil ich finde, wir müssen... Entweder bei denen müssen wir immer so ein bisschen dafür sorgen, dass... Da zwei Tanks mitkommen. Weil die sind beide nicht so gut wie der Crusader. Also der Hellion und der Leper. Der Lepra-Kranke. So, warte mal. Rare. Wer bringt das? Highwayman? Ah, Melee Crit. Melee. Aha. Ne, das ist schlecht. Das ist richtig schlecht. Grave Rubber only. Crit, Dodge, minus Damage. Bounty Hunter only. Ne, das ist auch doof. Light Skills. Speed, Crit. Speed, Dodge, minus, Prod und Move Resist. Ja, okay. Dodge und Max HP. Das ist alles... Das ist alles so dreckig. Das ist alles so... Das sind alles so dreckige Skills, Leute. Ich weiß nicht. Ich kann damit nichts anfangen. Machen wir mal 18 Futter. Einen Schaufel, einen Schlüssel. Und dann geht er schloch. Mehr brauchen wir nicht, oder? Ja, es könnte sein, dass das jetzt ein Fehler ist, aber mehr brauchen wir nicht. Sagen wir mal, wie es ist. Each region has its own challenges. Assemble your party and supplies... Oh, das ist ja kacke. 100% auf Floor Battles. So, mal gucken, was es hier gibt. Ein Skelett. Hallo. Remains. Ah. Hier was Schönes. The Pack Contents Loot. Sehr gut. Der einzige Schatz könnte den Fluss der anderen weltlichen Korruption. Okay. Wenn er meint. Bin immer gespannt. Irgendwann müssen hier wieder Kämpfe in den Räumen kommen. Kann ich einfach umdrehen, wenn ich keinen Bock hab, eigentlich weiterzugehen? Ist die Frage, ne? So, dann machst du erstmal hier... So, da gibt's zwar einen Debuff, aber ist mir egal. Haben doch alle Hunde mal ein bisschen... Oh nein. Nicht auf Luna, bitte. Der blutet so ungern. Der war schon... Ne, der war schon dran. Ich bin so doof. Ich hätte auf den, der noch nicht dran war, gehen sollen. Egal. Na, hoi. Oh, Mann. Ey, sag mal, seid ihr kacke oder so? Das ist voll unfair, dass ihr gerade alle auf Luna geht. Wisst ihr das? Da geht da erstmal ein Schuss ins Gesicht. Luna, komm, halt dich erstmal. Hier ist gut. Besser als nix. Ey. Willst du mich verarschen? Leute, das ist total unfair gerade, wie der hier seht ist. Das ist total unfair. Gehen die alle auf Luna? Ich glaube, es hackt. Das dürft ihr nicht. Ey. Es ist so verarschen gerade. Sorry, Leute. Aber ihr seht es. Ich finde das total mies. Einfach nur, dass das Spiel gerade sowas macht. Das finde ich echt mies. Äh, Grape Shot oder Take Aim oder Duelists Advance. Oh, Grape Shot. Bam. Komm, Leute. Sowas finde ich echt scheiße. Sorry, wenn ich da ein bisschen explizit werde, aber... Ich finde das echt scheiße. Können wir nicht machen. Oh. Remains. Hab jetzt schon 2000 Gold fast. Cool. So, hab ich nicht erwartet, dass hier ein Kampf kommt. Warum auch immer. Vier. Das ist so mies. Das ist so mies. Ja. Hallo? Grey ist empty. Gehen sie aber auch alle auf Luna? Hallo? Wö? Ach so. Irgendwie ist es gerade ein bisschen verzögert, kann das sein? Das bringe ich zu Leben. Mit einem singularen Ziel. Seh ich nicht ein hier. Das seh ich nicht ein, Freunde. Ich hab mir schon fast gedacht, dass da auch wieder kein Kampf ist. Warum auch immer. Ich hab da langsam ein Gespür für. Was ist das? Eerie Spiderweb. Kann ich das mit ner Fackel? Ich lass das mal, weil hier brauch ich ne Schaufel. Vielleicht find ich ja ne Fackel irgendwo. Dann werd ich das mal verbrennen, das Spinnnetz. Weil ich könnte wetten, dass... Malforger mit Missing Tent. Ich wette, das könnte ich irgendwie dann zerstören, das Netz. Oh ja, hab ich mir fast gedacht. Nein. Nein, nicht Pullen. Du blöde Kur. Ja, super. What terrible strength. Okay, ich heil mich mal lieber. Sonst gehen die wieder alle auf sie. Das seh ich schon kommen, ne? Das seh ich schon kommen. Yes. Gut Schaden gemacht. Das war kein Schaden. Nein. Ach du kacke. Warum? Okay. Bluten, bluten. Nein. Push. Oh, bitte nicht resiste. Sehr gut. Ich muss den hinter wechseln, das bringt mir ja nix. Oh ne. Resistet. So. Ich hau erstmal dich weg. Yes. Klappt sogar. Auf, Ansage. Voll gut, ne? Ah. Warum dodged ihr, Ben? Ihr Zibben. Gut. Ich glaube, von denen kommt aber keiner hinten ran. Außer mit ihrem Pull kommt sie an. Ja. Natürlich. Dann macht sie es auch, die olle Zussl. Gut. Pull? Ja, mach's bei ihr. Pull sie mal. Nein, schade. Schade. Dafür kriegst du Rache zurück. War jetzt auch wieder nicht gut, weil sie einen Debuff hat. Noch größeren Debuff. Oh nein. Bitte nicht. Gut. Diese ollen Zusslzausen, ne? Ja, das mache ich überhaupt keinen Schaden mehr, weil der Debuff immer höher wird. Das ist ganz, ganz schlecht. Oh nein. Och, Kegge. Bitte nicht. Erstmal ihn heilen, weil er steht jetzt ganz vorne in erster Reihe. Das ist gefährlich. Oh ne. Nein. Muss wechseln. Diese Push- und Pull-Trollers, die sind echt schlimm, ne? Ihr seht das. Ich finde das echt schlimm, was die machen. Jawoll. Immerhin der, der Schaden macht, ist tot. If it bleeds. Ja, gut. Bluten lassen. Oh, sie macht doch noch viel Schaden damit. Gar nicht schlecht. Ja, aber hier kannst du was machen. Bei Luna. Also bei ihr, ne? Ist ja noch ganz fit. Nein. Bei ihm jetzt wiederum nicht, bitte. Bei Evolutions. Der ist noch ganz zart beseitet. Ja. Das Bluten könnte sie tatsächlich töten. Deswegen heile ich mich mal kurz. Ja. Ist gut. Äh, fast. Ja, komm, push ihn halt. Ist mir noch egal. Heilen. Die kann jetzt quasi gar nichts mehr machen, die Alte, ne? Ich finde das voll gut. Ich kann mich jetzt endlos hier buffen. Volle Zippe. Waffen und heilen kann ich mich. Äh. So. Habt's auch was gemacht. Und du bist tot. Ja. Alter Schwede. Gut. Gut, gut. Äh, was? Also ich egal. Und, geht ein Komponent. Ja, boll. Und ich krieg den Schlüssel zurück. Trinkets und Baubles. Trinkets und Baubles. So, warte mal. Ich hab all die Wort. Ne, das geht ja nicht. Ich hab keine Fackel, ne? Ah, egal. Ich lass es jetzt. Ich lass das Ding. Ist mir doch egal. Hätte ich eine Fackel bekommen, hätte ich jetzt die Spinnenweben verbrennen können. Ich wette, mit euch, da wäre was Gutes bei rausgekommen. Oh nein. Jetzt schon Hunger? Das ist ganz shit flott. Aber ich hab auch schon die Hälfte gut erforscht. Ich werde dann hier oder hier, werde ich rasten, denke ich. Hab ich ja auch noch, ne? Gar nicht dran gedacht, dass ich noch rasten kann. Muss ich rasten? Ich glaube, es ist halt besser. Wenn ich raste. Der Stress ist halt nicht so toll. Ich muss auch mal langsam gucken, was ich dann mitnehme für die Leute, die Rast-Skills haben. Was sich da meist lohnt. Wenn ich jetzt wieder so einen Jester hätte. Weil der Jester ist gut im Stress-Relief. Aber sonst fand ich den jetzt nicht so pralle. Oh, schon wieder. Ihr Kranken. Was fresst ihr da den ganzen Tag? Sag mal. Ihr seid jetzt nur zurückgelaufen. Was ist, wenn ich hungern muss? Das ist total schlecht. Ich glaube, ich kann doch nicht rasten. Aber wenn ich es genau betrachte, bräuchte ich es das jetzt. Oh nein. Theoretisch bräuchte ich es ja gar nicht, ne? Jawohl. Du könntest auch mal ruhig kritten. Liebe Sabs. Du könntest mal kritten. Das finde ich extrem schnieke von dir. Oh nein. Das geht. Resisted. Illumination. Ja, okay. Hoppenheilung. Ich hätte es ja eigentlich hintersetzen sollen. Ich weiß. Aber jetzt muss ich ihn sowieso vorsetzen. Oh nein. Macht doch nicht so einen Stress. Oh Gott. Nein. Okay. Ich dachte schon, er dreht jetzt ein bisschen durch, weil er verstresst dann wahnsinnig wird. Oh nein. Gut. Warum seid ihr so schnell dran jetzt, bitte? Bitte stress ihn nicht. Ja, er muss halt immer wechseln. Das ist voll dumm gerade. Ja wie, ihr Deutsch-Tolle. Pennergesichter. Es turnst dich gar nichts, du Arsch. Nicht so toll, aber die kommen dem Tode immer näher. Das ist schon mal was. So. Ich wünschte, ich könnte irgendwie ein bisschen Stress relieven, aber das kann ich nicht. Push sie doch nicht. Nein. Nein. Bitte lass... Genau, ich wollte gerade sagen, dass ihnen dran kommen. Dann kann ich mich das hier machen. Triple kill. Alter. Geil. Geil. Was? Nein. Was? Let me... I'm famished. There's still some meat on these... Oh, cool. Das war gar nicht mal so schlecht, dass wir jetzt Fleisch zurückbekommen haben. Coole Sache, ne? So, hier werde ich rasten in den zweiten Raum. Kampf. Kampf. Hab ich mir gedacht. Oh, Kinder. Ja, Dodge-Dodge. Fantastisch. Oh, ne. Muss wechseln, geht nicht anders. Ich find das so doof, er ist überrascht und muss halt gleich mal tauschen hier. Ja, es ist doof, aber ich muss echt jetzt paar Mal wechseln. Oh, Alter, was? Mit einem Schuss 26, willst du mich rollen, oder wat? Ja, Evolution dreht durch. Amusef, er ist... Oh, nein. Wherefore, Heroism? Green Ones, fe! Oh Gott, Leute, ich muss gleich durch... Ich muss gleich umdrehen, glaube ich. Ich muss den Dungeon verlassen, wenn das so weitergeht. Wir haben uns jetzt echt hier fertig gemacht. Und er muss hinter, auf jeden Fall. Du musst auf jeden Fall hinter, Mensch. Hallen wir ihn erstmal. Ich hoffe, dass Sabs das durchhält, solange. Oh, du blutest nicht. Neun! Schweinegesicht. Jawohl, acht, genau. Und er blutet. Can't stand the flow. Oh, Mann. Richtig kacke. Warum macht er so viel, dieser Point Blank Shot? Das kann er aber auch, der Highwayman, ne? Das kann er auch. Wie er nicht trifft, ich pack's halt nicht. Ja, ja. Dass die mich jetzt so fertig machen, ich verstehe das echt nicht. Oh, der blutet noch für eins. Ja, 15, immerhin. Ist nicht mal die Hälfte. Ja, das könnte schon wieder fast zu... Ja, Death's Door, fast. Alter Schwede. Und warum dodgt ihr... Die dodgen alles, die Penner. Ja, zwei hat Death's Door natürlich. Ja, geil. Und sie dreht gleich durch dazu. Die drehen alle gleich durch. Oh, Death's Door. Bitte lass uns nichts... Durchdrehen jetzt. Nein. Alter, acht Schaden, das ist so übel. Und der... Turnt schon wieder. Ne, Leute, ich hau danach ab, das geht nicht. Guck mal, der... Der tötet uns. Dieser Pulk, die töten uns jetzt. Oh, nein. Und sie ist nicht mehr dran. Bist du noch nicht tot? Breathe, Savily. Bitte was Positives. Yes, Courageous. Courageous. Und wir kriegen ein bisschen Stress relief, das ist gut. Bitte, bitte. Death's Door. Oh, sie dodgen schon wieder. Ich pack's nicht, Leute. Warum dodgt ihr denn? Nein. Okay. Tut mir leid, Evolutions. Du bist schon raus. Das ging sehr schnell. Warum sind die so stark auf einmal, bitte? Und Savz ist tot. Ich pack's nicht. Wollt ihr mich verarschen? Und Buzi dreht auch noch durch. Abusive. Nein. Okay, nein. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Komm. Jawohl, wenigstens der Dicke ist tot. Der Dicke. Oh, schenk. Nicht schenken. Komm schon, bitte heil jetzt. Weed from the Chaff. Nicht durchdrehen. Luna, nicht durchdrehen. Warum ist das so schwer? Ich kann nur noch Gruppenheilung, aber das ist genau das, was ich brauche eigentlich. Jaja, komm. Ich heil mich nochmal. Ich weiß nicht, ob es viel Sinn macht. Da jetzt noch zwei leben und die können mich sofort wieder verletzen. Ja, genau so nämlich. Aber nicht Death's Door. Ja, das ist okay. Wir können uns nochmal hochheilen. Oh, komm, Buzi. Nein, Luna, dreh durch. Nein. Selfish. Oh, komm schon. Hey, Donation in the Church, will klar. Der hat zwölf, der hat fünfzehn. Ich kann's versuchen. Oh, komm, eins. Das ist okay. Dann können wir's nämlich wieder hochheilen. Jawohl. Ah, der dodged. Nein. Der dodged. Natürlich, die Schweine. Nase. Bitte nicht. Ja, er ist der Death's Door. Teetering on the Brink. Facing the Abyss. Oh, nee. Bitte nicht. Oh, Gott. Buzi. Mach mir keine... Mach mir keine Schande jetzt, ja. Nein. Sehr gut. Sehr gut. Yes, er ist tot. Einer ist tot. Oh, Gott, Leute. Ich hau danach ab. Ich sag euch das. Ich mach bestimmt nicht weiter. Ich bin nicht bescheuert. Ich bin zwar ein bisschen... ...waghalsig. Vielleicht auch ein bisschen rücksichtslos. Aber ich bin nicht bescheuert. Komm. Jawohl. Zwei Punkte hat er noch. Komm. Ja, ja, ja. Ich muss trotzdem heilen mit... Nein. Warum? Nächste Runde. Und wenn du jetzt dran bist und Buzi tötest, dann werde ich echt böse, ne? Hört. Sie kann heilen. Surely the light has grander glance. Oh, nein. Ich kann nicht heilen. Und es hat nur einen Schaden gemacht. Komm, Buzi. Sei dran jetzt. Oder wenn er dran ist, dann ist es vorbei. Schenk. Ja. Oh, komm schon. Bitte. Oh, ja, ja, ja. Death's Door. Alter. Ich pack's nicht. Rain in the Forest. Und wir haben... Was? Kann man... Also egal. Was ist denn das? Geh nicht rum jetzt. Was ist das? Food Consumed. Max HP und minus Dodge. Okay. Wir haben's nicht geschafft. Aber wir abandonen mal. Kriegen wir das Geld jetzt? Ja, wir kriegen das Geld. Immerhin. Leute, ich bin nass geschwitzt. Ja, so ein bisschen. So ein bisschen bin ich doch. Ja, ja, doch. Na gut. Oh, Gott. Die beiden haben noch was bekommen. Was schön ist? Nein. Beliefs. Was? Ist Possessed by Demons. Und Stress Resist im Weld. Und sie hat langsame Reflexe. Seht ihr, das ist kacke, wenn ich das nehme. Das muss nicht immer positiv sein. Meine Güte. Leute, ich beende mal den Part an dieser Stelle. Ich weiß, das lief jetzt nicht so toll. Aber ich habe die Leute immerhin am Kacken gehalten. Die leben noch. Das ist ganz gut, ne? So, du kommst da hin. Und Buzi, du kommst da hin. 23.000 Gold habe ich. Das ist schön. Na gut. Ich würde sagen, nächstes Mal gehen wir mit der alten Truppe los. Warte mal, Sir Faultier müsste ich eigentlich mal... Warte mal, ich werde noch zwei Leute holen. Wir haben ja noch ganz kurz ein bisschen Zeit, ne? Ein bisschen haben wir Zeit. So ein bisschen. Wir holen noch einen Heiler dazu. Dich nenne ich dann, warte. Dich nenne ich dann... Prin-se-to-bi. Oder? Wirst du so geschrieben? Tobi, ja. Prin-se-to-bi. Ich weiß nicht, was das heißt, aber ist gut. So. Ja, gut. Nächstes Mal... Ich werde jetzt nicht noch ein Dings holen hier. Das ist Quatsch. Ich warte mal auf eine andere Klasse. Was wollte ich hier? Ich warte auf eine andere Klasse, weil noch so einen Pest-Doktor brauche ich nicht. Habe ich schon zwei. Ich will jetzt nicht von jeder Klasse irgendwie drei, vier haben. Das ist dann wirklich ein bisschen too much. Auf jeden Fall hoffe ich, euch gefällt es weiterhin. Ich würde mich freuen über Likes und Kommentare. Und schaltet ein zu Darkest Dungeon.